Wir wurden gestern Abend um 19.30 Uhr zur Unterstützung der Werkfeuerwehr zu Meierwerf gerufen. Hier brannte es auf Deck 10. In der Sektion 2 bis 3 hatte sich ein Gasverteiler entzündet und ein Brand ausgelöst. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte man nur mit Atemschutz vorgehen und daraufhin hat die Werkfeuerwehr unsere Unterstützung angefordert und wir waren innerhalb von 10 Minuten mit 55 Atemschutzgeräteträgern vor Ort. Als wir eintrafen, kriegten wir eigentlich schon von der Werkfeuerwehr die Nachricht, das Feuer ist so gut wie eingedämmt. Noch nicht komplett aus, aber das Feuer war innerhalb von 10 Minuten gelöscht. Die Zusammenarbeit ist sehr effektiv. Wir haben jährliche Übungen. Wir haben zusammen Brandschutzcontainer, die wir durchlaufen, die wir zusammen abwickeln, diese Brände, wo wir intensiv gerade diese Schiffsbrände üben. Jetzt zur Zeit haben wir wieder so einen Brandschutzcontainer auf der Werf stehen, wo wir tagsüber auch uns beteiligen dürfen. Und die Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr ist reibungslos, muss man ehrlich sagen. Eine bessere Zusammenarbeit gibt es nicht. Und man sieht es ja auch, wenn wir solche Einsätze haben, es klappt einfach. Und bis jetzt, Gott sei Dank, konnten wir ja größere Wände verhindern.